Hallo zusammen, heute ist Samstagmorgen, ich bin wieder mal am Werkstatt aufräumen und ich wollte euch was zeigen und zwar haben wir hier Kühl-Tiefkühlboxen, die wir als Kühlboxen zukaufen oder Tiefkühlboxen, Tiefkühltruhen zukaufen, rupfen die Kühlmaschine raus, machen eine 12 Volt Kühlmaschine rein und setzen dann unsere Steuerung rein. Jetzt kam hier diese Steuerung, die ist jetzt neu bei den Schränken, das Loch ist jetzt aber zu groß, schauen wir aus der Nähe. Das Ding ist eigentlich hier drin, das ist jetzt original, das sieht ja auch schon relativ gut aus, man könnte hier unten jetzt drücken, entsperren, Unlock drei Sekunden mindestens und jetzt kann ich hier das umstellen auf Kühlschrank, kann hier 8 bis 2 Grad einstellen oder ich kann hier rüber auf den Tiefkühler und hier von minus 15 auf plus 20 Grad einstellen. Ja, das Problem ist, ich kann einen Wert einstellen, der stimmt aber nicht überein. Wir hatten hier vorne Temperaturanzeige von minus 19 Grad, könnt ihr im Video zurückschauen und hier ist aber nur minus 15. Also die Innentemperatur wird nicht angezeigt, es wird einfach eine Temperatur angezeigt und nach einer gewissen Zeit geht die Steuerung aus. Ja, ist halt nicht das Schöne. Jetzt haben sie hier ein größeres Loch drin, vorher war ein kleineres und wir stecken standardmäßig hier rein, diesen Thermostaten, das ist der von unserer Kühlbox. Hier kann ich den Unterspannungsschutz erstellen, ich kann hier einstellen, minus 22 Grad. Hier kann ich dann rauf und runter mit der Temperatur und hier könnte ich alles lange drücken, auch ein- und ausschalten. Brennt nur noch diese kleine Lampe. wieder einschalten, lange drücken und hier zeigt es mir die Temperatur an von minus 20 Grad und einstellen kann ich von von plus 10 Grad bis auf minus 22 Grad. Hier ist ein stinknormaler Kompressor drin, das reicht bei der Isolation für Tiefkühlung so bis minus 20 Grad. Die meisten Kunden verwenden diese Truhe sowieso nur als Kühltruhe für normale Kühlung mit fast 200 Liter Nutzvolumen. So sieht die Truhe von oben aus, hat einen Korb, hier ist mein Testthermometer, also nichts Spezielles, einfach eine größere Kühltruhe, die verlinke ich euch unten im Videobeschreib. Hier habe ich einen Tiefkühlschrank, der hat hier eine Temperatur von minus 34 Grad, 33,3 Grad und hier sehen wir diese Klappen, die habe ich einfach innen alles als Chromstahl. Ja, ist eigentlich normal, diese Temperaturen. Hier fertigen wir noch Kühlaggregate, die sind nicht befüllt, die müssen jetzt gefüllt werden. Ja, das wollte ich euch sagen, von dieser Kühlzelle, hier ist sie jetzt ausgegangen, hier muss ich wieder drauf drücken, dann zeigt es wieder den Sollwert an, aber der stimmt nicht überein mit dem Innenwert. Und somit wünsche ich euch hier ein Video, über die Truhen, einen schönen Tag.